So, Kommentare. Es gibt hier eine sehr lebhafte Reaktion auf eines der anderen Kommentarsendungen, Zukunft und Erwartung. Ich weiß nicht, die meisten werden es vielleicht nicht gesehen haben, aber da ging es darum wirklich, dass eine Zuschauerin uns geschrieben hat, dass sie sehr viele Probleme hat, dass sie im Leben und so weiter, dass sie eigentlich nicht dazu kommt. Und sie hatte auch religiöse Aspekte drin, dass die Religiosität ihr auch hilft, über diese Probleme wegzukommen. Und jedenfalls, sie würde gerne, aber sie kann nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, darauf haben sehr, sehr viele geantwortet. Weil ich weiß schon, dass die Problematik, etwas zu tun, was man weiß, was eigentlich richtig wäre, aber der Alltag einen daran hindert, das ist eine Problematik, die haben wir alle in unserem Leben. Was wollen wir gerne machen, was müssen wir tun, existenziell, soziale Bindung, Probleme in der Familie, all diese Sachen, das ist ja nichts Neues. Bei manchen ist es sehr, sehr, also das sind wirklich Schicksale, die sehr bewegend auch sind. Es nützt aber an der Stelle nichts, man muss irgendwie für sich selber irgendwie einen Weg finden. Und wenn man den nicht findet, dann wird es höchstwahrscheinlich immer komplizierter. Ich bin kein Psychologe, aber ich sage, wenn man eine Leidenschaft hat und ihr einen Raum gibt, dann glaube ich, hat man etwas, eine Insel, auf die man sich zurückziehen kann, die einem auch Energie gibt. Das Zeichen gehört auf alle Fälle dazu. Norbert schreibt, das hat mich jetzt sehr bewegt. Gabi schreibt, Lieber Jadika, dieses Video hat mich auch sehr bewegt. Viele Jahre waren meine Zeichenstifte auch verwaist. Mein Aquarellkasten lag mehr als 30 Jahre ungenutzt in der Schublade. Durch deine Videos habe ich wieder angefangen mit dem Zeichnen. Und wenn ich müde bin, dann gibt mir das so viel Energie, mit dem Bleistift, mit Linien und Schrafuren zu spielen, ohne einen Anspruch, da gleich ein perfektes Kunstwerk erreichen zu wollen. Deine Lockerheit und deine Leidenschaft kamen bei mir an und haben mich gestärkt und ermutigt, mit dem künstlerischen Material zwanglos zu agieren. Liebe Grüße aus Regensburg. Darauf antwortet Sonja, was für ein wunderbarer Kommentar. Mich freut es immer, solche Geschichten zu lesen. Wie schön, dass du wieder malst und zeichnest, sagt Sonja zu Gabi. Keine Lust wird oft mit keine Zeit entschuldigt. Geht mir auch so, sagt Hans. Man muss nicht jeden Tag sechs Stunden zeichnen, auch nicht jeden Tag sechs Stunden joggen, oder was man halt gerne macht. Jeden Tag eine halbe Stunde reicht auch, und der Erfolg ist so größer, als wenn man einmal die Woche sechs Stunden das Hobby unter Zwang ausführt. Und noch ein letztes, das ist eine kryptische Name, A4N. Wir haben ja das Leben geschenkt bekommen und was draus zu machen. Der eine malt, der andere tanzt und so weiter. Die Zeit dafür muss sein. Hier sollte ein Umdenken in der Gesellschaft geschehen. Versicherungen kündigen, Angst überwinden, Teilzeit arbeiten und Konsum einschränken. Also ihr seht, es geht bis zu gesellschaftlichen Vorschlägen, dass wir in der Gesellschaft vielleicht auch was ändern sollten. So weit will ich gar nicht gehen, aber ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Gedanken, wer wir sind, wohin wir gehen, wohin die Gesellschaft geht, wohin diese Welt geht, schon Gedanken sind, die uns alle beschäftigen. Es heißt nicht, dass wir nur heute in unserer Zeit diese Gedanken haben. Diese Gedanken hat es schon seit eh und je gegeben, seit der Mensch eben da ist. Weil er hat einen Kopf, mit dem er denken kann, mit dem er Zukunft denken kann. Er kann Dinge machen, die nicht unbedingt mit seinem Leben zu tun haben. Er kann philosophieren, er kann mit Gedanken ins Universum fliegen. Das sind alles Dinge, die uns gegeben worden sind und daran verzweifeln wir auch manchmal, weil wir in diesem Kopf eben Dinge bewegen, die uns auch schwach machen. Also, nach diesen Kommentaren, und das ist auch, wie gesagt, das ist auch meine Erfahrung, etwas für sich zu finden, was einem keiner mehr wegnehmen kann, was auch nicht materiell begründet ist, das ist etwas, was auf alle Fälle in solchen Situationen, wo man nicht mehr weiß, wie man vorankommt, das ist wirklich eine Energiequelle. Und für mich war das Zeichnen, das Malen und mich beschäftigen mit den Dingen, die ich tue, war immer auch eine Insel, die mir sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. In diesem Sinne.